Servus! General! Nuss! General! General! Nuss! Bau, Bau! So, Heldenrotation, wie heißt er? General! Supremo! Supremo! Hier mit einem goldenen Mg! Mega-fettel-scharf denn! Cool Sache, den testen wir mal heute einfach. Wir zeigen euch mal ein bisschen jetzt hier vorne im PvE. Im Endless-Mod. In der Mitte hier von der Map. Zeigen wir euch einfach mal den General hier. Wir haben selbst auch noch nicht gespielt. Also keine Ahnung, was wir so alles können. Wir werden sie jetzt gleich irgendwie raushütten. Hier. Also auf der 1 hast du so eine Stinkbombe. Ja, das können wir ja hier drin. Das hast du schon abgeschossen. So ein-Wartig-Profis. Ja. Einfach runterhubsen. Das geht natürlich auch. Ich wollte jetzt ganz cool mit der Kanone hier lang geflogen. Naja. Ah, nein, nein, nein. So. Da sind wir. Genau. Wir haben einmal hier so ein Jetpack auf der 2. Jene 4. Ja. Da könnt ihr einfach höher springen. Hat keinen tiefer Sinn, glaube ich. So. Naja, tiefer kann man fragen, wie groß das Loch ist und was du landest. Bestimmt. Primär ist halt eben diese Gatlingern hier. Die hat immer den Schuss. Aber... Läuft heiß. Die läuft heiß. Also ab und zu mal auch runtergehen. Vom linken Button hier. Und mein Lieblingsding ist Nummer 3. Das ist die Kanonenkugel. Die wird in ganz dicken Eiern. Die da. Ja, genau. Also eigentlich jene hier. Hallo. Patz. Also auf der 3 ist halt diese, äh... Imberattacke. Von denen. Die abgeht hier, ne? Babababam. Voll der Krise hier. Das hört ihr halt, wenn ihr überhitzt. Das hört immer lauter. Dann kannst du hier die Gaswolke reinwerfen. Genau. Die Stinkbombe. Die Gaswolke habt ihr auch? Aber der ist, der ist total lahm. Wie kann das sein? Von der Geschwindigkeit her? Ja. Aber die Kanone dafür. Die Kanone ist dafür ziemlich genau, muss ich sagen. Hier habt ihr eigentlich die Stinkbombe auf der 1. Die gibt, äh, Damage of Zeit. Oder? Denk ich mal, ne? Ja. Ja doch, die gibt Damage of Zeit genau. Saugel. Wo sind sie denn? Ja. Geh. Einzelterppe. Dauert viel zu lang. Ey. Aber der macht, der macht gut Damage, ne? Ja, ich find, dass, ich mein, der bewegt, der Bewegung ist zwar nicht ganz so schnell. Ja, aber der macht den Damage viel höher. Aber die ist auch ziemlich genau. Schau mal da hinten den an. Dann kannst du von hier wegrotzen. Mit Dauerfeuer. Ja, da musst du nicht viel gegenhalten. Ne. Ja, ist ziemlich cool eigentlich. Ja, da kommt eh schon mal die erste Mega-Pflanze. Boah, die macht gut Damage, ey. Das wäre ein Scheißdinger. Boah. Stinke. Stinkbombe. Boah. Hier, geh mal hier. Guck mal, der Mais hier oben. Ohne Scheiß, hier ist Mais. Was? Auch nicht schon wieder. Flachmütz. Nein. Boah. Das war, der war... Der hält aber, der hält aber nicht viel aus, ne? Guck mal, der ist der Scheiß-Mais da oben. Ja, kannst du ziehen. Wie ist er? Und keine ohne. Ne, ich treffe den nicht von hier aus. Echt? Wie ist er denn? Du robst keine Maschine, die... Ehhhhh. Dick hier. Echt? Staumesser. Ja ne. Hä? Ohne Scheiß, hier hat's gemein. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow. Ich wurde gekraut. Mit der Kraut der Heizschild. Gegen Bombe, gegen Bombe. Gegen Bombe. Der hat aber auch gerade wenig Leben, ne? Also... Ich geh grad ziemlich runter. Was willst du denn mit dem Scheißschild? Weck. Und ne, jetzt schon wieder so ne, so ne, so ne Power-Bohne. Die ist ein Übel. Oh, die gehen mir voll auf den Zwirn. Na komm, jetzt kriegst du mal hier so ein... Nein, ich bin tot. Warum bin ich tot? Naja, es gibt ja... Der Rakottakraut. Nein, der war die ganze Zeit hinter mir. Nein, der Gulasch. Du Arsch. Ja. Frecher Kerl. Ich hoffe, man versteht alles gut, weil neue Hardware und so... erstmal neu einstellen. Was ist da mit dir da oben los? Mensch! Nein! Nein, das tut weh, das tut weh! Lauf, kleiner Kuche! Ha! Da geht's er. Ich werde hier mit einer... Ich werde hier georanscht. Georanscht, weißt du? Ja. Ah, die hat da mit unserem Großen zu tun. Sehr gut. Na cool, da hat die Orange da unten drin. Da hinten kommt der Megablum, Alter. Ah, aue! Was muss ich denn mit der Flagge hier? Flache hoch. Äh, Flache, ja. Gut gemacht! Untergeben diese Flagge macht uns unbesiegbar. Was? Was ist hier los? Ah, das ist... Ach, das ist... Ah! Krautangriffe. Da kannst du... Ah! Sich selbst heilen mit dem Preis. Ah, ah! Also wenn er die aktiviert... ...hätte so ein... ...Heilkreis aktiviert. Na ja, sieht. Ey, du hast doch gar nen Damage-Boost hier drin. Was? Ja, ich habe jetzt 15 Damage mache ich gerade. Ich könnte auch Pflanzen reintopfen. Ich würde einfach auf den Gästen sehen. Ah, ich habe nen Damage-Boost hier drin. Ah, ihr habt also auch nen Damage-Boost. Ist ja geil. Stimmt. Ist jetzt auch anscheinend neu. Siehste mal. Hier sind immer wieder neue Sachen hier. Na, ich habe hier ausgeliefert. Ich hole den Pfeffer. Ja, oder? Gott, mach der jetzt Damage, ey. Super, ey. Ey, 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 raus! 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 Glammsorgs-Pod! Ach, scheiße. Man soll nicht gegen die Mauer schieben. Böse Mauer! Stirbmauer! Ja, da schauen sie gegen uns. Ungeziefert. Ja, das ist geil hier. Ich freue mich. Ah, hier gibt es ja auch Money jetzt. Das gab es vorher noch nicht, ne? Vorm Update. Doch. Ja? Ja. Aber ich glaube, es gibt jetzt mehr. Da ist übrigens so ein Heil-Pot. Ein Potti-Di-Pot-Pot-Heil-Pot. Da kommen dann die... Ist hier irgendwo der Zwiebel-Locopter? Ne, jetzt kommen wir erst die Glümchen. Da hinten. Ist ja auch dein Baller hier. Tschüss, weg mit dir. Oh Mann, jetzt habe ich da Raketen verschossen. Die arme Rakete. Da brauchst du ja fast kein Special hier. Du machst ja so viel Damage hier. In dem Kreis. Nachschub ausgeliefert. Wo ist er denn? Holst du ihn? Da hinten. Jo. Ich eile. Oh, jetzt machen wir hier, komm. Special attack. Achtung. Pam. Boah, 375 habe ich dem gegeben. Boah, wieder. Das schaut aus. Megaart. Da hast du grad irgendwie ne Pflanze drin gehabt, die irgendeinen Damage Boost gehabt hat. Nein, ich weiß gar nicht, dass sowas gibt. Weil jetzt habe ich grad wieder weniger. Komischerweise. Kann ich auch noch. Oh, hier ist Manni. So. Hier hole ich mal noch. Das erfahrt nicht beide gleichzeitig raus. Ja. Äh, weg hier. Ey. Kackt ihr mich hier mit Sonnenblumen an, ey. Äh, Regenblumen. Das ist dann Sonnenstrahlen. Die Sonnenstrahlen. Weggenockt. Okay, ich höre da hinten auch das Geld. Ja. Das Geld liegt auf der Straße. Das habe ich schon immer gesagt. Guck. Hehehe. Neugt. Beide Schauen. Neugt. Das kamen die Erbsen, die mal da. Die sind ziemlich schnell. Nein, überhetzt, überhetzt, überhetzt. Aaaaaaah Oh da ist ein Ding, Diamant Hol den Diamant! Achso, ich hole ihn schon Ich laufe! Ich laufe! Nachschubkiste ausgeliefert Ich laufe! Wo stehen die? Bitte, bitte, bitte Die Blume kaputt gemacht vor dem Eingang Ich? Ich grad Verheilblumen und was Oh man, da war grad grad kein Ding drin Und da war nur Kohle drin Also ich find den eigentlich gar nicht schlecht den General Ne, der ist ganz gut, ja Aaaaaah, Achtung! Akkrobode! Alles wegknocken Akkos! Aaaaaah Warte! Deck! Ich müsste mal meine Specials hier einsetzen Aaaaaah 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 Ne, ne, ne Angst, die kommen schon Das sieht schon rum mit aus hier Aaaaaah An als Eingang Aaaaaah Aaaaaah Nachschubkiste, Nachschubkiste Aaaaaah Da ist nur Covi drin Legt er schnell mal ruhig Ja Nein, überhitzt Achtung jetzt Kacktusse du Sputz Oh, es blick ja gemacht Niemass Hinter diesen zwei Blumen Achtung, Achtung, Achtung Hast du meine Freunde lost den? Wie aus deinem Freunde, du verlässt mich doch nicht Da ganz rechts ist meine Das andere rechts ist nix Ich bin ja auf die Zug gelaufen Also von meiner Seite nach rechts und dann nach links Achtung jetzt, Achtung jetzt Putz Sag weg, war er ey Geil Doppelte Raketen an die Also die Raketen Diese Special Attacker auf der 3 Die macht schon gut damage Also Ja Gut, dieser Jetpack nutze ich das sehr selten eigentlich Die Kack Teenager haben wir fertig gemacht Das schreit nach meinen Schnappern Oh oh Guck mal die Schnappe Gut, die machen wir noch mit Ja Was die mich schon genervt haben Die sich schnappern in DvP Ja, was die mich schon genervt haben Die sich schnappern in DvP Was? Nein, vorbeigeschossen Schnapp Kann man den Boden treffen? Mhhh Aui, 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 Aui Ohhhh Obwohl das hier nicht gefressen hat Underschrocken Haut der mich an hier Ja Ist das ein leckeres Stück Ich kann mir Diamanten holen Guck mal hier Das ist doch so 250 Diamanten Hätten wir unsere Heilpflanze kaputt gemacht Oder was es immer war Oder hau Sie fast aus wie ne Wasserpfeife Was da gestanden hat Jetzt aber hier Achtung BAM BAM Voll daneben Voll daneben Mega, mega, mega Ah Easy 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 Ja Die Wolke macht's auch gut Schnappern So, jetzt habt ihr auch mal den Brigadegeneral gesehen Ne, wie heißt der? Generaal Kamposch Nee, Kampo Kamposch General Feldmarsch So, in diesem Sinne Ist Na gut Bis Hussar Bis Densen Tschüssi Bis dahin Bis dahin